Hey, Cedric Schild, du System-Hur! Das sage nicht ich, sondern der Zensur-Gelohn da. Ich bin nun halb mal heute ferngesteuerte System-Hur. Mit einem Milliarden-Konzern im Rücken hast du ein Video gemacht, wo du mich als zurückgebliebenen Impfgegner und Nazi hergestellt hast. Ich bin König von allen Verschwörungstheoretikern in der Schweiz. Daniel Stricker oder besser bekannt als StrickerTV. Wie wäre es denn, wenn du System-Hur das machst, was ihr Verfassungs-Hasser und Hunger-Verharmloser sonst immer verweigert? Und zwar ein Streitgespräch, eins zu eins, nur du und ich mit unseren besten Argumenten. Du kannst den Moderator wählen und wir können das gerne bei deinem Mami zu Hause machen. Dann ist das für dich quasi Homeoffice und alles ist voll Safe Space für dich. Ich verstehe aber, wenn du als intellektuelles Lichtgewicht Schiss da davon hast, gegen mich unter fairen Voraussetzungen anzutreten. Ich bin nun halb mal heute ferngesteuerte System-Hur. Denn lieber reden dir System-Huren ja über mich, statt mit mir. Und darum habe ich einen zweiten Vorschlag für dich. Ich fahre dich raus zu einem Boxkampf. Denn kannst du statt dieses System-Hur als echter Kerl in persönliche Attacken gegen mich, alten, weissen Mann fahren, so viel wie du nur willst. Und zwar wahrscheinlich den Samstag, den 2. Oktober 2021 fahre. Am Ort für deine Wahl. Aber diesmal vielleicht besser nicht bei deinem Mami zu Hause, sondern in der Nähe von einem Ärzten oder Apotheker. Falls du jetzt den Gag in den Hosen hast, ganz ehrlich, ich verstehe dich gut. Denn ich bin sicher, in unserem Boxkampf wird es nur zwei Schläge geben. Ich schlaue dich und du schläfst auf den Boden. Aber als Huren kennst du das Gefühl bereits, übelst ge**t zu werden. Falls du aber nicht mal genug bist, auch dieses Angebot anzunehmen und lieber am Rockzipfel von dem milliardenschweren Ringier als pseudofreien Hofnarr auf die einfachen, tapferen Bürger einzutreten, statt die Mächtigen zu kritisieren, habe ich ein drittes Angebot für dich. Du das Video hier veröffentlichen und zwar umgeschnitten, damit all deine Zuschauer wissen, dass du weder Hirn, Herz noch Eier hast, im fairen Wettbewerb gegen mich anzutreten. Und falls du nicht mal das machst, und ehrlich gesagt, ich gehe fest davon aus, du bist einer, der austeilt und dann abschleicht. Ich bin jetzt nun halt mal ein ferngesteuertes System. Dann sagen hoffentlich die Zuschauer des Videos, dass es auch so viral geht. Und dann würde die ganze Schweiz erfahren, wer der Sedricks Schild ist. Nämlich nicht nur eine System-Hur, sondern einfach ein weiterer Feigling mit einer grossen, fetten Zürich-Schnur.